Hallo meine Lieben, ja, wie ihr vielleicht wisst, also für diejenigen, die mich halt regelmäßig schauen, wissen, dass ich letztens bei Primer reinkaufen war. Ein relativ großer Primer-Call, ich war auch bei C&A und habe auch Tarz gekauft von Yankee Candle und dieser Haul, den kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken. In diesem Haul war das so, dass ich die Primer-Klamotten und generell die Klamotten halt auch angezogen habe und euch eingeblendet habe, wie es aussah. Verzeiht mir, ja. Also, waren halt manche Sachen dabei, die gingen gar nicht, die habe ich auch wieder umgetauscht. Ich kann euch die ja mal einblenden. Und, poch, also die T-Shirts, die waren echt mega eng. Also, gut, vielleicht, manch einer findet sowas vielleicht gut so, aber ich mag es überhaupt nicht. Ich mag es halt schon ganz ähnlich, lieber ein bisschen lockerer, lieber ein bisschen mehr lockerer als eng. Und ich habe es mir anders vorgestellt und ich habe sie auch umgetauscht gestern und wollte euch mal zeigen, was ich mir stattdessen gekauft habe. Also, ich bin auf jeden Fall froh. Ich habe natürlich wieder ein bisschen mehr was ausgegeben. Nicht viel mehr. Ich glaube, 25 Euro habe ich draufzahlen müssen. Aber, ja, ist jetzt so, ne. Weil, ich muss auch dazu sagen, ich habe mir jetzt noch BHs gekauft wieder. Weil ich kannte, ich habe vorher nie die BHs von Primark halt ausprobiert. Muss sagen, die Preise sind ja okay, oder? Voll und ganz. Also, ich trage zum Beispiel jetzt auch einen von denen, die ich mir letztens gekauft habe. Und echt, echt vollkommen okay. Ich habe drei, also drei Euro kostet so einer, weißt du. Da kostet, bei H&M kriegst, kosten die 12,90 oder so. Ja, und deswegen habe ich mir halt jetzt auch noch ein paar mehr gekauft. Also, vier. Ich glaube, vier Stück habe ich mir geholt noch extra. Und, ja, so ist das, ne. Ja. Und jetzt zeige ich euch das ganze Gerümpfe mal. Ich habe, wer diesen Haul gesehen hat, hat gesehen, dass ich mich super geärgert habe. Weil ich mir diese wunderschöne Tasche, ich finde die wirklich wunderschön. Ich weiß nicht, ist ja auch wirklich Geschmackssache. Weil ich mir diese Tasche hier, die habe ich mir gekauft. Und, ähm, habe das feststellen müssen. Boah, da füllen die Fäden hier überall billig Zeug. Ähm, und dann habe ich feststellen müssen, dass dieser lange Henkel, warum ich mir eigentlich sowieso immer Taschen kaufe, weil ich hasse es, Taschen immer so zu tragen, wisst ihr, oh, kann die überhaupt nicht ab. Und hier oben mag ich es auch nicht. Ähm, ich muss Taschen haben mit einem langen Henkel, dass ich die so tragen kann, ja. Ja, ups. Und, ähm, ja, und dann musste ich feststellen, dass dieser Henkel fehlt. Und da habe ich mich so geärgert, wirklich richtig dolle geärgert. Weil ich hatte jetzt nicht erwartet, dass ich dann wieder nach Primark fahre. Ähm, ja. Und, äh, da habe ich mir die umgetauscht. Und dann habe ich mir genau die selber nochmal genommen mit einem langen Henkel. Und ich bin glücklich, weil ich finde die richtig schön für den Sommer. Ja. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Diese langen Henkel sind nicht dran. Ich kriege die Krise. Muss ich umtauschen vielleicht. Ja, weil ich kaufe mir immer Taschen mit diesen Henkeln da dran. Und, äh, die Tasche hat keine Henkel dran. Ich kriege die Krise. Ja, auf jeden Fall fehlen die Henkel. Mann, oh. Das stört mich jetzt. Ich hoffe, man kann die nach oben tauschen. Ja. Neun Euro kostet das gute Stück. Ähm, ja. Und dann, ich lege meine Tüte und da ist jetzt nicht mehr viel drin. So. BH zeige ich euch auch, weil das ist für mich, im Endeffekt, ist es. Ich sehe ein Bikini. Sorry, ein Bikini kann ich auch in die Kamera halten. Ähm, die kosteten drei Euro jeweils. Ähm, die sehen, das ist ein dunkelblauer. Halt, ähm, also gepolstert. Nicht, ähm, also ohne hier unten dieses Kissen drin. Aber schon, äh, gepolstert. Und, ähm, fand ich ganz schön. Everyday Value? Value? Bra? Ist ja egal. Auf jeden Fall so für jeden Tag, so, ne. Ist halt so, ähm, mit Pünktchen drauf. Drei Euro. So. Den, äh, denselben habe ich mir noch in weiß geholt. Tadam. Und, ähm, bin mal gespannt, ob die hier passen. Äh, ja, da habe ich mir schon so einen Doppelpack geholt. Die haben 10 Euro aber gekostet. Aber die sehen natürlich auch ein bisschen schicker aus. Ne, hier so mit Spitze und so. Und, ähm, wie gesagt, 10 Euro im Doppelpack. Und dann kommen jetzt noch drei Teile. Und zwar einmal, ähm, zeige ich euch das T-Shirt. Das T-Shirt finde ich echt sehr schön. Also, ja, ich mag das. 5 Euro hat das gekostet. Und das sieht so aus. Also, ähm, von dem, äh, Muster sind das halt so, ähm, verliebte Flamingos, was ich sehr süß finde. Und es ist halt ausgestellt, so ein Tanktop. Und, äh, ich finde das so niedlich. Und ich habe mir das in der Größe 42 gekauft. Da müsst ihr voll aufpassen. Weil, ähm, man denkt immer, da steht zwar 42 drauf. Also, zum Beispiel, ich trage 42. Und dann ist dieses 42 aber für Frankreich, Spanien oder so. Steht hier auch. Ihr müsst auf jeden Fall bei Deutschland gucken. Weil das ist echt sonst doof. Und das habt ihr nämlich schon Größe kleiner erwischt. Und das fand ich echt sehr schön. Ja. Ach ja, ich, äh, ich glaube, ich gehe mittlerweile, weil man kriegt halt so viel mehr, äh, bei Primark für das Geld. Na klar, natürlich ist es halt moralisch eigentlich nicht so zu unterstützen, ne. Aber, ähm, wir wollen doch alle Schnäppchen machen, oder? Naja. Gut. Ich muss das auch heute nicht rechtfertigen. Also, dann habe ich mir eine, ähm, beziehungsweise zwei Shorts geholt. Die habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Aber ich fand die, ich finde die sehr schön. Und, ähm, halt für den fetten Winter, fetten Winter, fetten Sommer, da ziehe ich auch wirklich sehr kurze an. Und, ähm, weil, klar, ich habe, ich habe gut zugenommen. Aber irgendwie, ähm, wenn man braune Beine hat, finde ich, sieht das auch gar nicht so schlimm aus. Man sollte halt einfach mal ein bisschen was wagen. Es sei denn, man hat jetzt, ähm, Elefantenbeine, ne, dann natürlich nicht. Aber, äh, hört sich auch böse an, ne, Elefantenbeine. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne. Also, man muss auch nicht zu selbstkritisch mit sich sein und sagen, nee, ich bin viel zu fett und, äh, sowas ziehe ich nicht an. Also, ich laufe doch nicht bei 40 Grad, laufe ich doch nicht in Leggings rum. Sorry, also tut mir leid. Also, ähm, äh, da ziehe ich auch mal gerne eine Shorts an. Und die ist halt so, das ist halt, die ist halt ein bisschen ungekrempelt hier unten. Also, so ganz so kurz ist jetzt nicht klar. Die ist natürlich kurz. Aber sowas trage ich, ähm, gerne auf Festivals oder so. Und, ähm, ja, habe ich letztes Jahr auch getragen. Und so schlimm sieht das jetzt auch nicht aus. Da habe ich mir Größe 42 genommen. Und das ist die, ähm, die kostet 9 Euro. Hat die gekostet. Ne? Ja, 9 Euro. Finde ich voll schön, ne? So das Muster. Ja. Und dann wollte ich mir die letzten Samstag schon holen. Aber die gab es nicht mehr in meiner Größe. Und zwar geht es um diese hier. Die ist so schön mit so Stickereien hier unten. Und ich war so froh, dass ich die in meiner Größe halt gesehen habe. Ich hoffe, das ist auch jetzt meine... Ja, Größe 42. Und, ähm, ich hatte erst vor, mir vielleicht 44 zu nehmen. Aber ich denke mal, ähm, dass sie passen wird. Ich hoffe es. Ja. Und die hat 13 Euro gekostet. Voll schön. Ja. Und dann habe ich, ähm, zeige ich euch, lente ich euch jetzt auch ein, habe ich eine Jeans bei C&A letzte Woche gekauft. In Größe 42. Krass, ey. Also die war richtig eng. So, so richtig... Das alles so, ähm, drüberquillte an den Seiten. Und, äh, so richtig die Sippfalten abgedruckt waren. Und, ähm, ja, nee, ging gar nicht. Also, da hätte ich 10 Kilo abnehmen müssen wahrscheinlich, um da richtig ordentlich reinzupassen. Und dann habe ich das sein gelassen, habe die auch umgetauscht und wollte mir eigentlich das nicht geben lassen. Aber, ähm, dann sieht man da, oh, oh, ist das denn hier? Und dann, ähm, habe ich mir da auch was gekauft, also umgetauscht, ne? Und habe quasi drei Teile dafür gekriegt. Naja, ich bin nicht mal zu bezahlt da wieder. Ähm, äh, so. Ihre Meinung ist uns wichtig. Was ist das denn? Ähm, so. Und zwar habe ich mir erstmal eine Leggings geholt. Also, ich liebe ja Leggings. Und, äh, vor allem so Muster-Leggings. Und auch schwarze. Und ach, egal. Ich liebe es einfach. Und vor allem so kleine Stiefelettchen, so, halt mit Indianer-Look oder so. Das finde ich so schön im Sommer. Und da habe ich mir halt diese hier geholt. Habe mir letzte Woche auch schon eine Leggings-Berziehung da geholt. Die haben mir immer die super schöne Leggings. Und die gefiel mir sehr gut. Die hat 9 Euro gekostet. Da habe ich mir Größe XL genommen. Ja, voll schön. Ja, gefällt mir sehr gut. Ähm, dann, und dann noch zwei T-Shirts in XXL. Ne, ähm, ja. Wie gesagt, äh, die einen T-Shirts von Primark habe ich abgegeben, weil ich schön so. Ne, also mega eng. Und, ähm, ne, muss ja nicht sein. Und die habe ich mir jetzt in XXL genommen. Ich habe sie am Spiegel so dran gehalten. Habe gedacht, oh, ist schon sehr, sehr weit. Aber, ähm, mal ganz im Ernst. Ich finde wirklich weit schöner als eng. Und da habe ich mir halt, das hier hat gekostet, 7 Euro kostet das noch. Und das gibt es halt, wie gesagt, aktuell immer noch. Ähm, ist halt ein weißes T-Shirt mit hier vorne. Sowas ist da noch mal drauf. Ich muss da selber noch mal gucken. Das ist so ein bisschen Indianermäßig angehaucht. Genau. Ähm, hier unten steht auch drauf. Gucken wir mal. Dream loud. Und, it's wild, I'm free. Und da sind auch so Nietchen dran. Seht ihr da so kleine Nietchen? Und die Dame auf dem Bild hat halt so ein bisschen, äh, sieht man das? Ja, und hinten ist das länger als vorne. Sieht man das auch? Ich glaube schon, ne? Und die Ärmelchen sind auch so umgeschlagen. Ich mag diesen lässigen Look. Und da kann man halt auch schön eine Kette drauf anziehen oder so. Und vielleicht vorne so in die Hose reinstopfen, in so eine Shorts oder so. Und, ähm, im Sommer, voll cool. Ja, boah, ich will, dass Sommer ist. Und dann habe ich mir noch ein Oberteil, also ein T-Shirt geholt. Für 12 Euro fand ich eigentlich ein bisschen viel für ein T-Shirt, nachdem ich ja bei Primark war. Und, ähm, das ist auch XXL. Das hat auch, ähm, so umgeschlagene Arme. Das ist grau. Ich mag ja grau. Ich will hier total gerne, wie ihr seht. Ähm, das ist halt so umgeschlagen, total lässig. Und andern umgeschlagen, würde ich eher sagen. Und dann, ich tue das Kettings mal rein. Und dann steht hier drauf, muss ich auch mal erstmal wieder lesen. Ich weiß natürlich, ich habe das gestern natürlich gelesen, aber, ähm... Ah ja, genau, so Party Starts at Night steht da drauf. Und ich fand das richtig süß. Ich bin ja normalerweise überhaupt nicht so der Animal-Print-Fan, ja, an mir selber jetzt. Aber das fand ich richtig süß. Und zwar hier so Party. Das ist halt mit so einem Gold-Glitzer-Print, wo Party draufsteht. Starts at Night. Und das ist auch vorne... Also, oder? Wie war das? Nee, das ist so nicht. Ich habe gedacht, wir auch hinten länger. Aber, ähm, halt im Großen und Ganzen, halt mit diesem lässigen Schnitt und so, fand ich das richtig cool. Und, ähm, freue ich mich, dass ich das auch, äh, gefunden habe. So. Ja. Das war mein, ähm, Umtausch-Haul, sage ich jetzt mal. Weil, ähm, im Endeffekt, man tauscht was um und man holt sich was Neues dafür. Und das ist ja... Weil Geld war ja eh futsch, ne? Jo. Ich höre da jemand. Äh, ja. Wie findet ihr eigentlich diesen, äh, Orange-Trend jetzt, der jetzt im Sommer kommt? Weil, ähm, ich hab ja hier, oh, ich hab mich so ein bisschen in dem Sinne geschminkt. Orange-Lippen. Und, ähm, ja. Ich hab das gerade so gemacht und hab das auch gefilmt. Und wenn ihr da mal Lust drauf habt, ich, vielleicht ist das ja schon in der Infobox, dann, ähm, verlinke ich euch das mal dahin, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja. Ich werde jetzt, ähm, vielleicht die Videos bearbeiten und, ähm, eventuell auch eins hochladen. Ne, ein altes muss ich auch noch hochladen. Und dann werde ich hier ein bisschen die Bude aufräumen. Die hat's ganz dringend nötig. Ja, und ich hab hier Leckerchen stehen. Die müssen unbedingt gegessen werden und werden nicht schlecht. Man kennt ja die, das sind von Aldi. Aldi? Ja. Ich zeig euch mal. Voll lecker. Das sind so, hm, so Johannesbeeren. Hm, und die schmecken mal, mega intensiv nach Johannesbeeren. Ich bin ja kein Schokoladen-Fan. Also ich esse auch Schokolade, oh Gott, das ist wild, ne? Aber man kann mich mit Schokolade nicht locken. Eher mit Chips. Und auch einmal hin und wieder mit sowas hier. Und dann, wie gesagt, eine andere Tüte ist dann halt, da sind so Beeren drin, also Erdbeeren, Küschen oder sonst irgendwas. Und dann ist da unten so eine Joghurt-Masse dran. Und die sind so ganz, ähm, eine spezielle Konsistent haben, konsistent haben die. Und auch einfach nur, hm, hm, Suchtfaktor. Ich schmatze euch hier voll was vor. Aber hier würde ich gerne noch ein Video drehen. Weiß aber nicht was. Und die ganze Zeit, ich hab jetzt die ganze Zeit schon dieses, äh, Outfit hier an. Ja. Guck mal, jetzt sind hier auch nur noch, sind hier nur noch vier Stück drin. Seht ihr das? So, da oben klebt noch einer. Und da unten sind drei, die kann ich jetzt auch noch essen, oder? Und da meckere ich, dass ich so fett geworden bin. Aber schmeckt nun mal. Ich geh auch morgen wieder zum Matanzen. Und ich mach jetzt auch noch den Hauz halt. Verbrenne ich bestimmt auch Kalorien. Zwei Stück noch. Was mag ich denn heute noch? Auch essen? Weil ich esse die so, als wäre das nix. Der letzte. Das Glas ist übrigens von einem nur noch, hat so einen süßen Deckel, der steht aber hinten. Und ich räume jetzt noch die Nagellacke weg. So, der kommt hier hin, der kommt da hin. Aber der Meck ist schön, ne? Ach, das wurde ich euch eben gezeigt. Wenn ihr diesen Nagellacke sehen wollt, ist ein anderes Fall. Ja, die sind schon schön. Rein damit. Was für, genau, jetzt frage ich euch noch was. Wenn ihr überhaupt noch, habt ihr überhaupt noch? Seid ihr überhaupt noch da? Oder habt ihr schon links weggeklickt? Geht ihr eigentlich auch gerne nach Primark einkaufen? Ich irgendwie schon. Oder wo geht ihr am liebsten einkaufen? Ich gehe auch gerne so zum Beispiel, wie Romoda, Zara und so einkaufen. Aber kennt ihr das, wenn ihr wirklich vorher bei Primark wart? Ein T-Shirt für 6 Euro gekauft habt, oder für 5 Euro meinetwegen. Und dann geht ihr irgendwo an auf einkaufen und seht dann auf mein T-Shirt für 22,95 Euro, wo ihr dann denkt immer, hier. So sind wir, ne? Okay, jetzt quassle und quassle ich. Und ich höre jetzt einfach mal auf. Und ich werde jetzt die Badewanne putzen und den Boden schrubben und staubsaugen und so. Bis dann, ihr Lieben. Tschö.